Hallo zusammen, was ich hier trage und euch präsentieren möchte, ist das Waypoint Dual Chess Pack. Es ist sehr kompakt am Körper, ich habe genügend Platz für Fliegendosen und es ist sehr angenehm zum Tragen. Ihr seht, das Profil hier ist sehr breit, ist gepolstert und liegt sehr gut am Körper. Ich habe Platz für Retractor-Zangen auf beiden Seiten mit Magneten, sehr einfach zum Rand kommen, dann genügend Platz drin. Ich habe hier vorne eine kleine Fliegendose, dann eine grosse C&F Fliegendose, auch hier vorne zum Beispiel eine kleinere mittlere Fliegendose und nochmal eine ganz grosse C&F Fliegendose. Das Innenleben vom Chess Pack hier, haben wir zwei Unterteilungen, wo wir nochmals jenste Utensilien verstauen können. Auf beiden Seiten, auch hier vorne noch eine kleine Tasche und eigentlich wie Stereo nochmal hier die gleichen Unterteilungen. Zusätzlich auch hier für einen Schlüsselanhänger Möglichkeiten, um alles zu verstauen. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich es über die Jacke tragen möchte, zum Beispiel habe ich hier die Möglichkeit, ich kann es öffnen mit dem Neissverschluss und habe hier die Möglichkeit mit dem Magnet es noch ein bisschen weiter zu machen und auch die Möglichkeit, das ganze Teil einzustellen auf meine Grösse, auf meine Anwendungen, wie ich es gerne hätte. Auch die Möglichkeit für einen Kescher hier zu montieren, also wirklich ein ganz praktisches Teil. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Ich wünsche euch viel Vergnügen.